Hallo und herzlich willkommen zum 8. Adventskalender Törli von Martina und Mai Müsli. Heute Abend war bei Martina Tastschuker wieder drin. Und bei Mai Müsli war das Vanille Kiffel drin. Und so sieht das so aus. Es gibt dann auch noch Überraschungen. Weil ja ein QR-Code drin war. Und dann habe ich auch noch etwas bestellt, was ich nicht vorher sagen wollte. Damit es die Überraschung grösser ist. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da. Das Gratis Abo. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werden. Und dann ein neues Video online kommt von mir. Sofern es am Samstag schönes Wetter ist, je nach Situationen, wenn es wieder Schnee ist, würde ich dann wieder eine Wanderung machen. Dann hätte ihr wieder eine Ablenkung vom Adventskalender. Jetzt fühlst du dich auch noch schön. Aber schläft später gut. Und bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.